Hallöchen und Willkommen zu einer neuen Folge Portal Nights, wo wir jetzt den Altar upgraden, in der Hoffnung, dass wir dann bessere Sachen kraften können. Omnepadmoo, ooooh, so. Oh, Caesar 4 und Guld. So wie jetzt, ah, ah, Quarz, Seide, leck mich. Wie denn das her? Stab des Eises, ist natürlich interessant für die Feuerviecher. Stab des Blitzes, verilder Sturmquarz, wo finde ich denn das? Hä, ich esse es ja wohl. Stab des Eises. Verilder Caesar 4, wo finde ich denn das alles? So, hier kann ich auch noch Leinenstoff. Ja, okay. Was sind ja Sachen? Hier, guck mal, Caesar 4. Ah, okay, hier kann ich schon ein bisschen... Ich habe auf jeden Fall Caesar 4. Ihre Feuerviecher, okay. Veredelter Caesar 4. Stab des Eises. Das wäre gut für das fette Vieh, ne? So, hier können wir auch mal noch... Oh, ja. Wir waren jetzt... Hier. Oh, toll. Oh, Caesar 4, wo haben wir den her? Wo hatten wir den her? Den rohen Seesafir. Gleich mal checken. Vermutlich irgendwo am See, ne? Mal gucken. Hier nicht. Hier haben wir den Sturm. Der Stromquarz. Nein. 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 Nein, wo haben wir den her gehabt? Bestimmt irgendwo noch Kiste drin oder so, ne? Wo auch noch den Rouladenstein? Was, Rouladenstein? Habe ich gerade Rouladenstein gesagt? Der Rouladenstein. Kennt man ja. Okay. Wenn ich jetzt also... Nehme ich den Ambos. Den Altar. Wenn ich jetzt also... Boah, ich habe noch Seide. Wo kriege ich denn Seide wieder her? Seidenstoff. Baumwolle. Seide, ja. Vermutlich von irgendwelchen Viechern, ne? Oder so. Hm. Aber warum Sturmquarz? Hier brauchen wir noch Sturmquarz. Der Stark gegen Wasser. Ich hätte aber eigentlich gern den. Naja. Sturmquarz. Stromquarz. So. Ich wüsste, wo ich Seide bekomme. Hm. Und denn? Das Stromzeug. Hatten wir ja eben irgendwo gesehen. Eisen. Ja. Hier. Hier kriegen wir das. Dann gucken wir da mal. Das ist kein Quarz, ne? Oder? Doch. So. Dann nehmen wir den Quarz. Dann kann man erstmal rum den Quarzen. Dann gibt's auch einige von. Hilft uns auf jeden Fall ein bisschen gegen Feuerviecher. Dann gehen wir gezielt irgendwo hin zum Leveln, wo wir gegen Feuerviecher kämpfen können. Beziehungsweise, wo wir einfach alles so ein bisschen haben. Dann haben wir ja drei Arten von Stimmen. Wobei, wir haben. Haben wir da Stab oder Zauberstab? Jetzt muss ich gucken. Zauberstab, Stab. Okay, das eine ist ein Stab, das andere ist ein Zauberstab. Das ist natürlich auch ein Ding. Ne? Wir können ja nur entweder Stab oder Zauberstab. Ich glaube, ich gehe dann auf Stab. Und machen wir entsprechend Stäbe. Für alles. Jetzt muss ich nochmal gucken. Der hier war ein Stab. Das ist der Zauberstab. Der Zauberstab ist schneller auf jeden Fall. Na, wir holen uns jetzt erstmal das Zeug hier. Dann gucken wir mal. So. Das nehmen wir jetzt mit in die Bude. Und wir brauchen... Liebe. Ich muss mal gucken jetzt. Hier mal. Ganz sachlich, fachlich. Ein paar Tage nicht gespielt. Ich bin schon völlig raus eigentlich. Völlig raus bin ich. Auf jeden Fall müssen wir nochmal gucken, ob ich einen Feuerstab irgendwie kriege. Und zwar einen normalen Stab. Hier starb das Feuer. Flammenrubinen. Die kriegen wir. Kupferbahnen. Kein Problem. Da haben wir den. So. Und hier bräuchten wir... Das hier. Und das machen wir hier, ne? Noch mehr von sechs Stück von. Das reicht ja dann. Gleichzeitig geben wir nochmal was hier. Kupferbahnen. Machen wir jetzt auch nochmal zwei. Dann geht das ab. So. Das ist auch gleich fertig. So. Also machen wir uns den Stab des Blitzes. Und hier müssen wir nochmal gucken. Ach ja, hier. So. So. Äh. Habe ich denn vielleicht noch Rubinen? Was war denn das? Baumwoll. Vielleicht sogar noch Rubinen hier dabei? Ne. Okay. Okay. Wo sie echt nochmal los mit Wiener kaufen, wollte ich sagen. Ernten. Ja. Wie ungünstig. Wie ungünstig. Was haben wir hier eigentlich so drin in unseren Kisten? Hier ist noch ein bisschen Platz. Ähm. Sindsinnen. Sindsinnen. Steinblock digamos. Da mal rein. Und. Dat. 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 Und. Ja. Weiß ich nicht. Dat. 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 lande bad robin robin so ein grusel Feuer in der Hau. Jetzt müssen wir mal gucken. Okay. Okay. Ähm. Robin. War da sicher hier unten mit drin. Hier. Geht schon gut los. So. Hey, hey, hey. Okay. Okay. Ja, gut. Das Viehzeug hier ist schnell platt. Jetzt mit unserem Level. Mit unserer Power. Hier können wir noch ein bisschen abholen. Hier ist dunkel. Was willst du? Ja. So nicht, Kollege. Du da. Ja. Oh. Der hat einen überlebt. Der traut sich ja was. Denke immer, dass du dann Flammenrubinen reichst. Oh. Oh. Ja, also da muss ich, äh, gucken. Ne? Dankeschön. Heiltränke sind natürlich super. Auch wenn ich sie nie verwende. Ja. 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 Sehe ich auch so. Brauchte ich denn das hier, ne? Nehme ich an. D-d-d-dim. Da sind sie, d-d-d-dim. Da des Feuers. Genau, genau, genau. Der ist zwar schwach. Aber was willst du machen? Wir gehen jetzt auf Stab. Nicht auf Zauberstab. so mit denen wir danach hier die einmal dahinter wir nehmen den nie große jawohl jawohl wo ist der stab habe ich den überhaupt hergestellt vermutlich nicht so da ist er zack ich sollte hier aufpassen dass ich jetzt auseinander nehme zum schmal drei sachen was haben wir denn für rüstung an wir haben da eigentlich ziemlich gutes 50 100 ja gut die sagen wir 25 so können aber herstellen ja das ist teilweise besser das sieht eigentlich ganz gut aus der leinen stoff leinen stoff palmenblätter palmen vermutlich hier hier könnte noch mal den boss klatschen ich meine da gibt es ja immer ganz gute sachen einfach das verfahren weil wir es können so hier sind die palmen aus plastik palmen bernstein sitzen mit wirken wirken setzling oder bernstein hier beim blatt also anscheinend nicht immer so weit bei 10 neugierend wird ja ne Burn, motherfucker, burn! So, die Herrschaften. Ah, das geht schon ganz gut, vor allem, weil das ja Flächenschaden hat. Aber, was wollte ich überhaupt? Palmenzeug, ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt... Achso, für den Seidenstoff. Oder Leinenstoff, ne? Leinenstoff brauch ich. Hm, hm, hm. Mal gucken, dass wir da genug zusammenbekommen, für die komplette Rüstung. So, den holen wir uns noch. Na, Kollege. So nicht. So. Wo steht der eigentlich so auf? So, als wäre da die Quest fertig noch. Wo ist das ab? Tief, halt. Ja. Alter, das werden ja mal mehr Viecher. Da unten. Wo ist halt der fette Feuer. Und gegen den haben wir dann jetzt nichts Effektives. Hm, hm, hm. Jetzt mach ich aber erstmal meinen Stoff. Stoff ist wichtig, hör mal. Oh ja. Hm, mach ich ja eine Wertbank, nicht? Genau. Okay, das gibt echt wenig. Das gibt echt wenig. Und ich muss gucken, was ich überhaupt brauche. So. Hier wäre 50, ne? 125, 75. Hm, hm. 50, 125, 75. So, also, nee, nicht Wertbank, äh. Na hin, auch nicht Ambos. Alter. Ja. Ja. Okay. Alles bis auf Handschuhe, würde ich sagen, ne? Alles bis auf die Handschuhe. Nee, doch, die Handschuhe auch. Alles, also. Alles. Einfach mal alles. Und wir können, ja, ich brauche die Dinger und da brücheln. Boah. Alter. Alter. Der Leinenstoff, ne? War ich denn jetzt? Oh Gott. Halt die Klappe. Bin ich voll? Toh. Gut, die ganzen Setzlinge und so, ne? Gut. Ähm, jem, jem, jem. Jem, 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 jem. Wir fangen an, würde ich sagen, mit der Ober. So. Und entsprechend Müll. Nein, schon. Wir müssen mehr Palmen, ne? Wir müssen hier mal noch viel mehr Kisten craften. Alles ist immer voll. Ja, Müll. Müll. Die kann man nicht decken? Also nicht höher als 50? Okay. Kohle. Palmenbärenstein. Schützschlünge. Feuer bei Schriftrollen habe ich da auch irgendwo. Ich habe auch noch einen Platz. Hier. So, und den machen wir mal in Müll. Ist ja ganz nett gewesen. Aber wir gehen jetzt auf Stab. Ne? Weil wir da auch noch ähm, Flächenschaden haben. So, aber bis weiter geht es in der nächsten Folge von Polo Nights. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.